Habe ich auf Film! Oh, ich habe mich erschrocken, was ist das? Mach doch nochmal! Sorry about the glare Hopefully I have enough battery life to see how long this train is Ha ha ha, ha ha! 4 locomotives, 1, 2, 3, 4 Nummer 1, that's cart number 1, 2, 3 We're going to see if we can count them all That's number 4, so we're going to have to count them all 4, 5 20, 121 122 122 123 This one only had one locomotive, so it probably isn't as long So viel 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 Look, Thomas, der eine hat schon keinen Bock mehr und verpiss dich an die Wand. Keine was? Guck mal, der wird schon weg. Aber der eine ist schon umgedreht. Aber die wissen ja jetzt nicht, dass das der Ende ist. Once a car is turning around, not knowing that the train is about to be finished. Jetzt geht das nicht aus. Only Only two Lokomotives, one in the back and one at the front. Guck mal, er ist gut Der rufen auch nochmal. Guck mal, er ist gut. Guck mal, er ist gut, er ist gut, er ist gut. Guck mal, er ist gut, er ist gut, er ist gut. Ja. Der wird also von vorne, äh, von vorne, wenn der keine Brin setzt, dann ist der, der wo ganz vorne ist, gibt Gas hier. So, das war jetzt 23 Minuten. Tolle Sache. Tolle Sache. So, das war jetzt auf. So, ja, So, ja.